Die FIFA Beach Soccer Weltmeisterschaft 2008 ist die vierte Austragung des Weltmeisterschaftsturniers für Männer im Beach Soccer. Welche von der FIFA organisiert wurde, zum ersten Mal fand sie nicht in Brasilien, sondern in Marseille in Frankreich statt. Alle 32 Spiele wurden im Stade do Prado gespielt und Laie von Eurosport 2 übertragen. Teilnehmer Für die Endrunde qualifizierten sich letztlich folgende 16 Nationalmannschaften aus dem jeweiligen Kontinentalverbänden-Modus. In der Gruppenphase gab es vier Gruppen mit je vier Mannschaften, die jeweils gegeneinander spielten, wobei drei Punkte für einen Sieg, zwei Punkte für einen Sieg nach Verlängerung oder Penalty-Schießen sowie keine Punkte für eine Niederlage vergeben wurden. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Nach der Gruppenphase wurde das Turnier im K.O.-System fortgesetzt. Vorrunde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Finalrunde Viertelfinale Halbfinale Spiel um Platz 3 Finale Auszeichnungen Adidas Goldner Ball Spanien Amael Adidas Goldner Torschütze Portugal Majer Adidas Goldner Handschuh Spanien Roberto Valero FIFA Fairplay Auszeichnung Russland Russland Schiedsrichter Die FIFA benannte insgesamt 23 Schiedsrichter, die die Spiele der Weltmeisterschaft leiteten. Die meisten Schiedsrichter stellte Europa, nämlich zwölf. Südamerika und Asien stellten vier. Afrika II und Nordamerika und die Karibikzone einen Schiedsrichter zur Verfügung. Kotstaff